Wir haben es nämlich schon mal gesehen, ob das passt, das ist alles zu falsch. Alles klar, das ist wirklich die letzte Nummer und dann bauen wir uns das halt schnell ab. Die letzte Nummer für heute und dann kommt Ordnungsfeld berechtigt, die wir nennen können. Die letzte Nummer für heute ist William Fires. 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 Das war's für heute.